Hallo Leute, weiter geht's bei Zag und Wiki. Wir haben doch eine Schatzkarte gefunden, da wir dieses tolle, tolle Minispiel gemacht haben. Wo kann ich die jetzt ansehen? Vielleicht kann ich da den anderen Typen losschicken oder so. Wo ist meine Schatzkarte? Oder wird die erst aktiv? Schatzkarten, da. Zeig mal. Der gesuchte Schatz liegt in einer Meerenge, etwa 2 Stunden südlich und 9 Stunden westlich vom Unterschlupf. Ähm. Wir hatten hier so eine Art D. Genau über diese Verengung da. Mal sehen, ob wir das finden. Oder ob der Typ das finden kann. Ja, ja, raus da. Du warst das. Kannst du überhaupt schon so weit weg gehen? Oder? Oh, was? Matt, hier ist wieder da. Lass dich den Kopf hängen, Mac. Wir hatten mal einen schlechten Tag. Oder wir hatten mal einen, ja. Was? Ah, er hat doch was gefunden. Ich dachte, er hätte nichts gefunden. Ende und aus. Wirst du das Spiel ausschalten? Drücke vor den Plusknopf. Was? Drücke den Plusknopf. Vermutlich, um zu speichern. In einer grossen Welt wie dieser warten viele Schätze auf ihren Finder. Ich finde jeden Schatz. Wäre sorgfältig. Ähm. Oh, da. Oh, mir wird es sogar angezeigt. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig... Moment, ich versuche es nochmal richtig zu pinnen. Es wird mir sogar angezeigt auf der Karte. So. Das ist perfekt. Es kostet jetzt zwar sehr viel Geld. Oder Zeni. Aber mal sehen, was ich finde. Oh, und seht ihr da? Links von unserem Unterschlupf, da ist so ein helles Gebiet. Da hat er scheinbar diese Säge gefunden, die wir eigentlich schon haben. Okay, ich bin gespannt, ob es dieses Minispiel beim letzten Mal gelohnt hat oder nicht. Geil. Äh, wow. Was ist das für ein Putzroboter? Ja, ist lustig, aber man könnte es auch überspringen. Warum zur Hölle? Ist sie da drin? Äh. Warum ist er... Er ist jetzt weggegangen? Warum ist er jetzt weg? Vielleicht müssen wir zuerst was anderes tun. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ähm. Wir haben hier in der Mitte vermutlich die letzte... Mission. Und diese Dschungelruinen. Aber wir wollen natürlich da zuerst noch da links entlang gehen. Nämlich da. Der Wächter der Quelle. Spiel. Okay, mal sehen, ob das ein bisschen schneller vorangeht als beim letzten Mal. Da habe ich schon ein wenig gestruggelt, aber es ging ja dann doch irgendwie. Okay, da ist der Schatz. Da oben schläft einer. Da ist ein Monster. Da ist auch irgendwas. Oh. 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 Und da ist auf jeden Fall Geld. Wo ist dir? Dann haben wir da zwei Teile zum Auszupfen. Auch schon. Auch Geld. Nehmen wir. Und das. Moment. Lass mich mal eine Übersicht kriegen hier. Ich könnte auf jeden Fall da hochklettern. Ich könnte nach unten. Was ist das da? Prüfen. Kann ich noch nichts machen. Da ist wieder ein Monster drin. Oh. Hier ist wieder so ein Minispiel ganz bestimmt. Wir müssen auf jeden Fall unter Wasser entlang gehen. Äh. Äh. Der schläft. Kann ich mit der Angel agieren? Ja. Könnte ich. Okay. Dann lass mich mal hier nach unten gehen. Sehen, dass es hier so gibt. Jetzt mal den Stein. Äh. Einen Wurm. Oh. Geld. 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 Äh. Bimmel mal. Dann wird daraus ein... Strohhalm. Wursch. Warum? Und das ist ein Schlüssel auf jeden Fall. Hm. Okay. Was ich mit dem Wurm machen könnte, weiss ich im Prinzip. Aber... Mal sehen, was passiert, wenn ich da draufstehe. Er geht ins Wasser. Kannst du wieder hochgehen? Kann er. Okay. Ich hab ein bisschen Angst vor diesem Vieh da. Sehen wir mal nach, was da oben ist. Jetzt muss ich ein bisschen umsehen hier. Das ist das Wichtigste. Dann haben wir das da. Oh, ganz viel Geld. Hergeben. Dann könnte ich hier was machen. Ding. Ding. Wir rutschen einfach auf die andere Seite. Ich glaub, das ist nicht dumm, oder? Oh, oh. Ja, geh voraus. Wenn der ihn sieht, wird er bestimmt wütend. Ich wüsste gerne, ob wir den irgendwie aus dem Weg kriegen. Frosch. Das war ein Bimmel. Äh. Oh, er hat eine Bombe. Froschbombe. Ich will die da reinwerfen. Mach schon. Mach schon. Werfen. Oh, was? So halten. Okay, die hat jetzt auch in die Luft fliegen können, nehme ich an. Geh näher ran. Und jetzt boom. Okay, gut gemacht, Boss. Okay, danke für den... Oh, da ist wieder so ein Frosch. Lass mich mal... ...das Ding wieder mitnehmen. Danke, Wiki, dass du mich gewarnt hast, dass ich da nicht einfach rumzergehen sollte. Sehr schön. Könnte ich da... Da könnte ich ganz nach unten. Okay, Moment. Ich werde jetzt das da raus, äh, untermachen. Dann würde ich da raus wieder gerne einen Wurm machen. Äh. Ich habe ihn auch irgendwie verwandelt. Den Typen da habt ihr gesehen. Mach mal den Wurm da an den Haken. Daran. Äh. Hä? Wo muss ich den Wurm... Hä? Ich hatte es doch gerade. So. Das war relativ brutal. Gut gemacht, Boss. Okay, und was soll ich jetzt damit machen? Groll Goblin Totem. Ah, zuerst habe ich hier noch Dinge, die ich... ...rausreißen kann. Das ist eine Münze. Da ist... Oh, das ist ein Goldvogel. Oh, das ist ein Goldvogel. Das ist ein Goldvogel. Was soll ich jetzt mit dem Totem? Moment, leg das mal ab. Kann ich jetzt mit der Angel irgendwas tun? Oh Gott. Komm schon. Ich ziehe ja, ich ziehe ja, ich ziehe ja. Ganz genau so im Weg. Das mache ich ja. Falsch Moment wird die Leine reißen. Wie im Falsch Moment. Das richtige Timing achten. Hä? Was steht denn los? Was soll ich denn los? Das mache ich nichts mehr. Muss ich ein bisschen Leine geben, diesem Fisch da. Das Ding wird reißen, oder? Ja, ich ziehe immer... Das ist gefährlich. Ich glaube, dieser Seil wird reißen. Oh, wir... Das Seil ist gerissen, oder? Jetzt brauche ich wieder einen Wurm. Wisst ihr was? Was passiert, wenn ich jetzt da entlang gehe? Dann bin ich da. Jetzt brauche ich halt wieder einen... ...verkackten Wurm. Oder erstmal noch zu diesem Vogel da. Wo ist der Vogel? Da. Diesmal kommst du uns nicht. Äh. Hallo? Geh mal näher ran. Was? Nicht den Wurm. Oder bringt das was? Irgendwie nicht. Geh jetzt mal dieser Vogel hier. Ich glaube, der kann nicht weg, oder? Äh. Da. Jetzt ist er weg. Ich hätte noch länger bimmeln sollen. Äh. Ja. Aber jetzt nimm bitte wieder diesen Strohhalm mit. Okay. Und jetzt geht er hoch. Hm. Der Shit. Und gehen wir da hoch? Hm. Jetzt muss ich diesen Fisch angeln. Und... Oh, ich hab hier noch ne Bombe. Hm. Merken wir uns ebenfalls. Ich könnte noch mal ne Bombe verwenden. Aber wozu? So, dann machen wir das da wieder weg. Klingeln wir. Oh nein. Nicht den anderen Typen wieder lebendig werden lassen. Ich hab jetzt den... Wo hab ich jetzt den Wurm? Ist der Wurm weg? Der Wurm ist weg, oder? Kann ich mit dem Teil schwimmen gehen? Äh, nee. Der letzte Star. Toll. Hm. Auch wieder einen neuen Wurm. Da ist zum Glück wieder einer. Geht er hoch. Hm. Bringt mir der Strohhalm irgendwas? Eigentlich ja nicht. Und nochmal ne Bombe. Ich weiss nicht. Ich muss diesen Fisch irgendwie angeln, glaube ich. Was macht das Ding da jetzt? Blockiert das irgendwie den Weg? Mach das da ran. Äh. Da ran. So. Jetzt angeln. Ähm. Oh, ich darf's mehrmals versuchen. Ich mein, er bleibt geschwächt. Komm her, Fisch. Komm her, Fisch. Äh. Muss ich ihn ein bisschen locken? Komm her, Fisch. Komm her. Komm ziehen. Shit, shit, shit. Ich hab auf den Fisch geachtet. Ich hab ihn. Hehe, wo man... Was? Gut gemacht, Boss. Er ist nach unten gefallen. Äh. Alles einsammeln hier. Ganz viel Zeugs. Wo ist denn der Fisch jetzt? Weiss ich nicht. Was soll ich denn mit dem machen? Was soll ich mit dem machen? Kann aber nicht mit dem angeln, oder? Nee, mit dem kann ich nicht angeln. Normal die Angel runterschmeißen, das bringt mir nichts. Nee. Zurück. Was mach ich jetzt mit diesem Idioten da? Hm. Mach das Ding nochmal da hin. Äh, ablegen, bitte. Ich muss mit der Bombe noch irgendwas tun können, nehm ich an. Oder kann ich jetzt tauchen, oder so? Ich kann tauchen. Kann ich vielleicht... Oh, ich seh's doch schon. Hm. Kann aber das Ding nicht aktivieren. Wird unendlich Luft, hoffe ich doch. Ich bin ziemlich nah dran. So, und dafür brauch ich den Schlüssel. Hm. Hab ich aber nicht. Ja. Gut, dann ist ganz wieder zurück. Los, schwimmen. Ah, bitte schwimm doch da rüber. Ja, steuern, das ist ein bisschen nervig. Aber es geht ja. Wir haben ja Zeit. Gehst du jetzt bitte da rüber? Idiot. Ich muss hier auf jeden Fall das Teil dran machen. In die Höhle kann ich nicht. Okay. Äh, aussteigen. Okay, ich brauch den anderen Idioten. Wie kann ich den Typen zu mir holen? Nehmen wir mal den Frosch mit. Äh. Kann den Frosch nicht mitnehmen. Ich suche es einfach nochmal. Oder wo könnte ich die Bombe denn noch reinwerfen? Genau das wollte ich ja jetzt. Aber es hat nicht viel gebracht. Shit. Oder wo könnte ich denn noch... Auf jeden Fall das Ding... Muss ich mitnehmen. Kann ich es nicht irgendwie runterwerfen? Ne, ich kann es nicht runterwerfen. So. Ne, geht nicht. Ne, er lässt es... Warum lässt er es da? Äh, shit. Steig aus, bitte. Willst du nicht? Ne, er will nicht, doch. Äh, noch ne Idee. Kann ich denn? Frosch, komm mal her. Frosch, komm mal her. Äh, Frosch. Nimm dich, verdammte... Moment. Ja, das kann ich ja machen. So. Jetzt nimmst du die Bombe. Dann gehst du da runter. Ne, er lässt es... Er lässt das Ding oben. Ich kann die Bombe also nicht nach unten nehmen. Äh, ich kann die Bombe auch nicht nach unten nehmen. Ich kann die Bombe auch nicht nach unten nehmen. Äh, ich kann die Bombe auch nicht nach unten nehmen. Ähm. Wow. Ähm. Was soll ich denn machen? Ich sehe gerade keine Idee mehr. Ich kann die Bombe echt nur da runter schmeißen. Den Frosch kann ich nicht... Den Frosch kann ich nicht greifen. Verstehe ich nicht. Ja, wir freien. Äh. Mach schon. Irgendwann sterbe ich noch auf dieser Bombe. Ja, ich weiß, ich mache jetzt immer dasselbe. Aber das bringt mir nichts. Ja, boom. Ich habe sie jetzt übersprungen. Was die Bombe jetzt noch nicht explodiert ist... Doch, sie ist explodiert. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den wieder... ...zum Leben erwecke? Mal ansehen hier. Zwei Füße? Ja. Äh. Tötet er mich jetzt? Äh, was? Ich kann ihn nicht wieder zurück verwandeln, scheinbar. Doch, jetzt. Kann mich dem aber nicht agieren. Warum denn nicht? Hm. Ich... ...habe gerade keine Ahnung, was ich machen könnte. Keine Ahnung. Und da muss irgendwas drauf. Ich muss den Kerl irgendwie hier rüber locken. Aber wie? Da sehe ich noch irgendwas vielleicht. Soll ich doch mal einen Wurm mitnehmen? Willst du bitte da hochgehen? Oh, der Typ ist jetzt... ...lebendig. Ja, da lebt er wieder. Äh, ja, ich gehe jetzt mal zu dem Typen rüber. Weil ansonsten sehe ich gerade nicht, was ich machen könnte. Irgendjemand schläft jetzt wieder. Ja, und jetzt tötet er mich, oder was? Okay, das war's nicht. Ja, toll. Okay, shit. Kann ich mir jetzt irgendwas kaufen? Wiedererwecken? Dass wir das auch mal gesehen haben. Das versteigende Zeit lässt sich für einen Preis aufhalten. Platin-Ticket. Wird die Uhr zurückdrehen, ja. Oh, ich hab drei. Gut, eine weitere Chance. Seid euch gewährt. Oh, mir wird so viel Geld abgezogen, oder? Kann ich dem Frosch den Wurm zum Essen geben? Irgendwie nicht. Wir öffnen das Teil doch mal da rein. Äh. Mach bitte schnell! Ich würde jetzt den Typen gerne wieder verwandeln. Aber wie? Hab ich's jetzt verkackt? Nee, er holt sich das Ding wieder. Okay, jetzt muss ich ihn wieder... Ja. Hm. Ja, aber was dann? Ich kann ihn da nicht mitnehmen, oder so? Das ist mein Hauptproblem. Geht da hin, und klingeln. Muss das Teil irgendwo hinbringen? Am besten da drauf. Aber ich... Ich versteh nicht wie. Ich versteh nicht wie. Ich kann's nicht da runterwerfen. Ich kann's auch nicht da ran machen. Ich kann gar nichts. Ich muss das Ding irgendwie ins Wasser bringen. Ich versteh echt nicht wie. Ich versteh echt nicht wie. Leg das ab. Ich... Ich check's nicht. Ich check's nicht, Leute. Ich mein, wir haben den Fisch jetzt da rausgebracht. Warte, kann ich da unten noch mit irgendwas agieren? Nee, das Teil ist doch nicht aktiv. Ist da vielleicht noch was? Ja, da, aber... Das klingt mir nichts. Oder kannst du da ohne irgendwas... ...was machen? Prüfen. Oh, ich... Toll. Ich dachte, ich müsste da was rauflegen. Äh... Ver... Hallo? Verzeihung? Würdest du das bitte rausnehmen? Äh... Äh... Verzeihung? Da. Und hoch. Aha. Aha, auf einmal. Okay, shit. Ich war jetzt überzogen, dass ich da... ...den Gegner rauf machen muss. Oh, ich wollte zu viel. Ich wollte zu viel. Könnte ich jetzt noch da reingehen? Nein. Mit dem da könnte ich noch reden. Klingeln. Ist ja ein Idiot, ja. Äh, sprich mit ihm. Fernbedienung im Takt. Muss das sein. Gott, wie soll ich das schaffen? Gott, wie soll ich das schaffen? Das war okay. Das war okay. Okay, das war nicht gut. Muss ich jetzt auch 20.000 mal machen? Nein! Leute, ich versuche jetzt das, bis ich es schaffe. Okay, dann... Ja, was ich nicht schaffe, würde ich rausschneiden. Okay? Weil, es nervig. Heu, 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 heu. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was ich jetzt da rausziehen konnte. Aber nein, natürlich nicht. Äh, nehmen. Ja, ich wollte zu viel. Ich wollte echt zu viel. So. Ich hoffe, ich kann da hoch... Was? Wir sehen uns halt an. Ne, uninteressant. Ich würde gerne jetzt da runter gehen. Springst du jetzt da runter? Oh Gott, bist du dumm oder so? Ich wollte schon sagen, wenn du jetzt stirbst, ja, dann hasse ich dich. So, jetzt springst du da runter. Dann wieder da hoch. Oh, geht das überhaupt? Geht? Moment, geht das überhaupt? Oh, da brauche ich... Ich brauche jetzt wieder mehr Wasser, oder? Äh, das wollte ich nicht. Äh, so. Muss ich das jetzt nochmal machen, oder so? Komm doch da raus jetzt. Mach das wieder da drauf. Stöpsel, ja. Das macht mich jetzt wieder da drauf. Äh, da drauf. Dann füllt sich das Wasser wieder. Aha. 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 Ja, ja, ja. Wie gesagt, wenn ich hier Promission eine halbe Stunde brauche, dann... ...ist klar, dass das 40 Stunden gehen wird. Wo ist mein Schlüssel? Da ist mein Schlüssel. Nimm ihn. So, jetzt können wir... ...unser Schatz mitnehmen. Ah, ja, dass wir diesen Typen da verwandeln können. Das hat das Ganze ein bisschen erleichtert, weil er uns dann nichts mehr anhaben konnte. Aber ich dachte echt, mit dem muss ich noch was tun. So, jetzt öffne die scheiß Tür. So. Zack. Und drehen. Äh. So rum? Ah, okay. Komplett rum. Verstehe. Soll ich in mein Handgelenk brechen oder so? Okay, wir haben die Schatzkarte. Wir haben keinen Secret-Schatz gefunden. Aber wir haben hier die Schatzkiste. Und das ist alles, was zählt. Geh da rein. Äh. Okay. Klingeln. Stimmt ja. Und dann sich noch hier drin umsehen. Ist hier sonst noch was? Ne, nur die Kiste. Gut. Aufmachen und reinfallen. Wie es sein muss. Warum konnten wir jetzt eigentlich den Wurm in einen Strohhalm verwandeln? Ich frage ja nur. Ernsthaft. Naja, wir haben's geschafft. Fernrohr des Abscheus. Das wird bei, nehme ich an. Oder? Ja. Fünf Teile. Nicht schlecht. Okay, dann möchte ich noch kurz nachsehen, ob unser Freund den Schatz geborgen hat. Oh, der Wurm und der Strohhalm zählt. Ja, den Wurm konnte ich ja tragen. Und den Frosch nicht. Ist ein bisschen komisch, aber war halt so. Ich habe ein Ticket verwendet. Oh mein Gott. Ich habe ganz viele Punkte verloren. Alles egal, sollte ich nicht nochmal machen. Oder werde ich nicht viel gemacht haben, außer den Fisch zu angeln. Nun gut. Nun gut. Okay, ja, der Typ ist zurück. So, mein Freund. Wie sieht's aus? Äh, Wiki, was los? Werde ich sie in der Daren sorge. Verordentlich Stimmung. Lass uns reden. Jetzt verstehst du mich. Bericht. Wenn das jetzt kein Ultraschatz ist, dann weiß ich auch nicht. Ring. Super Glücksbringer. Ende aus. Wirst du das Spiel ausschalten? Drücke vor den Plus-Knopf. Plus-Knopf? In einer grossen Welt gibt es viele Schätze. Ja, ja, ja. Plus-Knopf. Drücke Plus-Knopf. Äh, da ist noch was. Ist gar nicht mal so weit weg. Äh, war das richtig? Moment. Nochmal. Will nicht, dass er da hingeht, wo es nicht genau stimmt. Äh, so. Äh, los geht's. Für etwas habe ich das Geld ja. Und erst nach der nächsten Mission werden wir das kriegen. Ist aber ziemlich cool mit dieser Schatzkarte. Könnten wir noch random Schatz finden? Äh, Was zum... Was ist das für ein Drache? Und die Olle wieder. Ja, schön. Aber er zieht da jetzt erst los. Wir hatten den Schatz noch nicht. Äh, und er verschwindet jetzt. Okay, Moment. Jetzt kann ich Plus drücken. Pause. Ach so. Ach so, und dann wird bestimmt gespeichert oder so, nehme ich an. Ähm, gut. Gut. Dann müssen wir sonst reden, was wir tun müssen hier. Hast du ein Gerücht für mich? Dann wird wirklich so eine Handglocke. Hier drin auch? Nee, hier drin nicht. Ähm. Gut, ich würde sagen, wir haben eine weitere Mission geschafft. Und für uns bedeutet das, für heute war's das mit Zack on the Wiki. Vielen, vielen Dank für's Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.